Oh, da ist noch mal einer. Oh, das war... Kapitel 12, Tod im All. Jetzt verlassen wir die Ishimura und dann werden wir irgendwo hier auf der Kolonie noch mal was machen. Bin ich ja mal zuversichtlich, was jetzt noch kommt. Ah, ich denke, wir machen das Spiel heute platt. Oh, wir sind auf dem Platt. Ja, natürlich, da habe ich jetzt nicht wieder die Bobbyarbeit machen, hol ich nach Hause. Ich muss natürlich wieder all die Scheißarbeit machen. Dann kriege ich den Bock, den Drecksack da raus. Da brauche ich erstmal Saft. Aber ich glaube, das brauche ich auch. Und dann brauche ich noch ein Muss, ne? Das ist irgendwo, der Saft brauche. Ja, gut, wenn die meinen, dass es so geht, dann geht das so. Also, die holen sie automatisch rüber. Das hässliche Ding, der so viel Ärger gemacht hat. Ich kann nicht hören mehr, was soll ich doch wieder die große Bumme nehmen? So. So. Ein Shop der nicht ganz verkehrt, dass ich mal wieder was einkaufen könnte. Aber ich glaube, da muss ich erst irgendwo Energie herkriegen. Muss schon sein, die Tast hecho. Nein, nein, nein. Oh. so das haben wir aber wir haben keine energie dann brauche ich mal energie auch alle kopfschüsse bekommen jetzt nicht bevor diese irgendwelche dinge da wäre wir fruchten und töte sie trecksteile da ist die energiezelle aber im shop handy auch nicht achte auf so aber ich will erst mal gucken was hier noch alles gibt ohne mal ist noch nicht klappt da haben wir wollen jetzt wird gerüstet jungs rüstung 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 ist ja schon geschehen das scherbe inventar das bauch alles peng 30.000 und halbleiter diamant noch mal ein bisschen geld brauchen wir noch vielleicht klassen energie das brauche das brauche ich nicht mehr das brauche das brauche das brauche das brauche ich auch nicht das brauche ich natürlich auch nicht wenn wir auch hier und der schützt mit 75.000 wert ist ein bisschen plasma energie und jede menge energie kerne so da war es verdienen position gesteckt so was sagt jetzt mal die menschen wenn da ja das für einen guten boss kommt kann man sich damit gewusst hat fühlen jetzt tun wir erst mal ein bisschen motten und dann geht es weiter da haben wir alles gemottet da könnte ich jetzt nur die kapazität noch mal erweitern das war jetzt blät nochmal aufmachen und dann geht es weiter so plasma cutter ab also erstmal kapazität so dann nehmen wir mal die wick noch treffer punkte erhöhen machen wir sie treffer punkte hoch so mehr habe ich ja nicht mehr genese könnte ich der reichweite ist es mir egal dass dauer energie ist noch bumpe aber diesen folgen der es folgt ist gut so ist die einzelwaffe 20 schuss das hat aber jetzt wird gespeichert das musik speichern sorry aber da habe ich viel arbeit eingesteckt und so und dann muss man es auch speichern gut die 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 du lässt der agrund hau ab hau so die teile noch aber ich denke auch schon besser geworden ja ich mache dich ja schon weg darüber lasst ihr nur im weg rum und jetzt dass ich da in die habe aufgabe erfüllt der mark ist auch weg und ich komme weiter und haben wir uns da sind den rein habe ich habe ich habe jetzt trotzdem mal hier daten hier bleiben schon mal gekriegt also ich muss noch einschieben zutritt nur für befugt natürlich bevor ich habe so als monster aktiviert so und jetzt passiert wie marka keine ahnung hier wird zugemacht die tür zugemacht würde und ist das jetzt muss jetzt immer noch weiter schieben sie sind im ernst wochen das ist ein spiel da kriegst du hast mit uhr auf natürlich Was ist denn das denn? Ja, so funktioniert das also. Ach nö. Ach nö, Leute. Ich könnte mich nicht einfach in Ruhe lassen. Aua! Hey! Oh! Dumm wenn er aufkommt, ist er tot. Da unten aufgeschlagen wäre er tot gewesen. Da ist noch mal einer. Oh! Das weißt du. Aber jetzt nicht doch gar, dass mein Start-O-Ding mehr ist. Hätte ich doch mal ein bisschen sollen. Na, da kommt der nächste. So. Und tschüss. So. Ja. Ja, für euch habe ich keine Angst. Ihr florscht euch nur so hoch, ist der kann nicht zu hart. Ah. Komm. Alter. Das war so ein scheiß Sprenger. Gibt ihr jetzt endlich mal Ruhe? Nö. Ja. 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 Och. Und Tipik über aufhoben. hin aufgehoben ob wo krabbelst du denn rum naja wenn wir gleich sehen wo der rumkrabbeln ich habe es hier in der munition von dem marker hierher es ist eine treppe und von das ding hoch wo wir den rein schieben es durch wir sind gequetscht sieben rüber noch keine quarantäne aufgehoben komisch vier schuss niedlich war immer noch nicht verletzte so das ist auch durch den raum durch so gut lachhaft hier nicht mal recht im bedrängnis gekommen löschen wenn ich mal richtig im bedrängnis gekommen bin also ein müdes grinsen hat mich das jetzt abgeräumt hat vergessen zu luten ich habe die rubin platz ist wichtig so ausmarker schließt mich also schließt mich ja nichts muss geschlossen ja gut das ist jetzt nur ein bisschen zeit zu gewinnen weil ihr bestimmt nicht mal gefallen ist was wir noch machen sollen ich weiß gar nicht wo ich das ding hin soll aber der eine fehlt noch der komische verrückte professor ist der noch fehlt jetzt tot weg da gibt es noch ein ach so deswegen gehen die nicht darauf und letzte weg noch zwei irgendwas machen können sie tot es gibt anscheinend mehrere möglichkeiten hier den weg zu finden wie das aussieht shop das deaktiviert speicherpunkt mitnehmen da mal grüßen nehmen mit so jetzt muss ich denn hin und durch die türe was ist ein lied für sowas absoluten jeder muss auch ein weitergehen und hinten ist lud aber nicht gut jeder menge muni das energie für brücken herstellen dann ist das mut dass wir karten und dann wieder hergeben und dann hin und her wieder jetzt noch mit schwere luft sehr wuuhu auch die fetten hässlichen eigentlich vertragen so jetzt besser geworden laufen spiel wirklich echt besser ich glaube nachher drehen sich die scheißteile gute sind klein hartnäckten ich darf nicht zum schuss kommen weil der stärker ist die anderen ich glaube die dinge drehen sich nachher weil sonst das ist ja ein bisschen witzlos ich finde es cool so an der wand laufen kann alles ja das wird nachher nicht so lustig wie ich mir das gedacht habe definitiv nicht so lustig das wird hässlich gut so lange keine schwere losigkeit da ist es voll da muss ich meine starse dinge auch gut eingesetzt haben das meintar voll nö ich habe ja genügend was ich gesagt habe auch jetzt muss ich gucken wo eins haben wir geschafft natürlich wäre es ja zu einfach wenn ich das allein machen müsste hast du jetzt aufzuleben meine fresse das nächste glaube dass auch was rein gefallen kommt noch mal was ich weiß es nicht das war es aber das war es den bluten großes medik aber jetzt haben wir wieder energie und jetzt müssten die brücken wieder gehen ach du scheiße alles auf den armen wenn der arm ab ist das wie ich fertig so gut wie fertig jetzt ist es fertig aus und Untertitelung des ZDF, 2020